Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute sollte eigentlich das 500 Abonnenten Special kommen, aber weil ich nicht wusste was ich als 500 Abonnenten Special machen sollte, kommt heute dafür ein Informationsvideo und ich werde es so machen, also ihr könnt jetzt unten in die Kommentare gerne Fragen reinschreiben, irgendwelche Fragen die ihr für mich habt und ja über mich und dann werde ich diese Fragen auch beantworten. In dem 500 Abonnenten Special, das wird dann im Laufe der Zeit, also ich schätze mal zwei Wochen, drei Wochen irgendwann mal da so kommen. Auf jeden Fall, das nur so nebenbei und ich habe noch andere Informationen. Die erste Information ist, dass ich jetzt auch eure Hilfe brauche, was die Streams angeht. Ich habe jetzt mir gedacht, ich werde Fortnite und Roblox, wollte ich jetzt erst zusammen machen, also alles beide in einem Stream, eine Stunde Fortnite, eine Stunde Roblox. Dann ist das Problem irgendwie auch, dass das mit dem Titeln und so, da habe ich mir gedacht, das ist ein bisschen blöd. Dann, dass wir auch immer so wenig Zeit haben, was Roblox auch angeht, dass wir da nicht genügend Biele schaffen. Oder auch in Fortnite ein paar Runden schaffen wir halt auch ein bisschen blöd. Deswegen hätte ich gesagt, ihr könnt mal unten abstimmen, was ihr davon haltet, ob wir die Fortnite und Roblox Livestreams wieder separat legen, also dass wir in einem Livestream nur Fortnite zum Beispiel spielen und in einem anderen Livestream nur Roblox. Die werde ich dann immer abwechselnd machen oder dass ihr so wollt, dass wir Fortnite und Roblox weiterhin in einem Livestream haben, also dass wir dann immer eine Stunde Fortnite machen und eine Stunde Roblox. Das zweite ist, ich werde, wie es aussieht, bald ein Musik, wie nennt man das, Beat? Ja, eher Beat, würde ich schon sagen, das ist kein Song. Ich werde einen Beat auf Spotify hochladen. Ich werde dazu nochmal ein separates Video machen und ja, nur so nebenbei. Und ihr wisst ja, Leute, wie es sich gehört. Ich habe mir das Ganze mal bei Z-Max abgeschaut. Das ist doch ein Sprachfehler, Bro. Sollen wir zum Logopäden gehen, Bro? Soll ich dir beibringen? Z-Max, okay? Wie ist Sex? Z-Max hat Sex mit deiner Ex, verstanden? Alles klar. Und dann schreiben wir einfach noch in den Songtitel rein, dass Standards-Game mit Zink, Leute, das bringt die Klicks. Z-Max, du hast es verstanden. Z-Max, du hast es verstanden.